Kennst du diese Affen, diese... So klatsch ich, wie so ein... Wie heißen denn diese Dinger, diese Schellenaffen, ne? Keine Ahnung. Kumbaya, mein Lord! Kumbaya! Kumbaya! Ist gut. Ich sag ja, bei mir Humoreinfluss Michael Mittermeier ganz schlimm. Muss ich wieder gucken. Unbedingt. Ja, fand ich tatsächlich nie so cool damals. Ich weiß nicht, ob das jetzt inzwischen anders wäre. Ich hab die Hälfte der Witze nicht verstanden, weil das ja alles so Popkulturwitze sind. Und als ich älter wurde, plötzlich... Ach, Mensch! Wie mit hier Dieter Nuhr. Da muss man halt einfach auch ein bisschen Allgemeinbildung haben, um ihn zu verstehen. Ja, das stimmt. Ich hab die Rezensionen dazu auf Amazon gelesen, so Leute so, das ist gar nicht lustig, das sind alles gar keine Witze. Und ich dachte mir halt einfach so, ja, so wie du gerade schreibst, weiß ich auch, warum du das nicht verstehst. Worüber? Der Penitir Isabel hatte in der Schule auch singen und klatschen. Ja. Ja, ich hatte singen und klatschen. Kumbaya, mein Lord. Übrigens, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Achso, wir nehmen schon wieder auf. Moment. Ja, wir nehmen auf. Hallo. Und zwar genau jetzt nehmen wir auf. Voll live. Ja, live sogar. Das stimmt sogar. Heute legen wir mal richtig live auf. Wollte ich später vielleicht auf dem Invite-Server gehen. Wer sagt, dass wir nicht auf dem Invite-Server sind? Mhm, ja, richtig. Ich mein, sonst könnten wir den Chat vom Invite-Server gar nicht sehen. Richtig. It's magic! Ähm, ich mach mir auch mal einen Ofen, dann können wir schneller braten hier. Ja, Massenbraten. Massenbraten. Ich weiß immer noch nicht, warum ich die Heuballen mitgenommen habe, aber falls uns das Brot ausgeht, können wir, glaube ich, noch 600 machen oder so. Nice. Ja, hab ich mir auch gedacht. Mais gibt's leider noch nicht in Minecraft. Das finde ich halt immer noch so enttäuschend. Ja. Äh, ich wollte noch einen Ofen machen, weil... Und Rucksäcke. Drei braten besser als zwei, ne? Versteh immer noch nicht, warum es keine Rucksäcke gibt. Achso, ich sollte mir noch ein paar Schip-Hitze-Hacken machen. Schip-Hitze-Hacken? Ja, Schip-Hitze-Hacken. So, dann tue ich da auch mal ein Steak Eisen rein und da brate ich mir mal grad ein paar Kartoffeln, weil dann machen die satter, glaube ich. Richtig. Rohe Kartoffeln sind auch giftig. Also, nicht nur in Minecraft nicht so gut, sondern auch so sollte man Kartoffeln nicht roh. Esst die voll gerne roh. Ja, aber man soll sie nicht roh essen. Ist mir ja egal. Du lebst ja noch, alles gut. Richtig. Richtig. Also, man muss es Bananen bei Minecraft geben. Richtig. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie Kakaobohnen an diese Bäume gehängt haben. Richtig. Also, einfach mal Palmen mit Kokosnüssen und Bananen und sowas. Ich frag mich halt einfach, wie die bei Minecraft so viel Content verpennen können. Aber sie sollen das Ganze erst mal von Java wegbringen und dann halt auf eine Basis machen, die vielleicht... Es gibt genügend Programmiersprachen, die halt auch wunderbar zum Beispiel unter Mac laufen und so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze auch modfreundlich. Genau. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm. Boah, brat mal schneller. Ich esse gerade gar keine... Ich esse gar keine Kartoffeln, schreibt hier einer im Chat. Ich mag Kartoffeln auch nicht so gerne so einzeln, sondern da muss was bei sein oder sie müssen frittiert sein oder gebraten sein. Ansonsten ist so eine mehlige Kartoffel, wenn du mir in die Hand gibst, dann gucke ich sie sich an und sage, nee. Okay. Ich hab mir heute jetzt, wo unser Ofen wieder geht, hab ich mir erst mal Röstis gekauft. Oh, Röstis. Die sind so geil. Hast du noch? Ach, ich hab selber Holz. Alles gut. Alles gut, dann. Ich will mal ein bisschen Lapis hier raus. Ich war neulich schon, ich hatte einfach mal wieder voll Hunger auf Pommes und haben wir uns von meiner Mama zum Essen einladen lassen, als sie Pommes gemacht. Pommes sind ja auch Pommes. Das ist halt voll blöd, wenn du sowas alles nicht selber machen kannst. Ich mein, klar, sowas gibt's dann nicht oft und so. Aber wenn du halt mal Bock auf Pommes hast, du dir keine machen kannst, weil dein scheiß Ofen nicht warm wird, wenn irgend so ein Elektriker zu blöd ist, einen Stecker reinzustecken. Ich hab das heute auch, äh, Dominics Papa erzählt. Er so, ach, euer Ofen ist wieder heilig, was war denn jetzt? Dann bin ich so, hm, ne? Bin eher so ernsthaft. Ja, geil sowas, wirklich. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier gerade aushebe, aber ich kann das nicht ab, wenn das nicht so symmetrisch ist hier. Kriegst du auch immer so einen Anfall. Ich, ja. Ist auf der Arbeit schon immer ganz schlimm, wenn da dieser Monitor von der Kasse irgendwie so schief steht oder so. Und dann, oh, manche von meinen Kolleginnen, die stellen das alles so krumm und schief dahin. Und da krieg ich ja immer, so, mach die Kasse jetzt auf. Ich so, nein, ich muss hier erst aufräumen. Ich kann das nicht. So, ne, kriegst du einen Anfall. Krieg, 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 ist so. Alles so durcheinander und alles an so voll unsinnigen Positionen. Nee. Geh mir momentan ständig Hunger. Ja, das kenne ich. Also, das Problem ist... Das habe ich einmal im Monat. Ja, das kenne ich auch. Das Problem ist halt vor allen Dingen, ich muss eigentlich permanent immer so ein bisschen was essen, weil wegen dieser chronischen Magen-Slammhaut-Entzündung. Hm. Und, ähm, eigentlich sind wir auf einer ganz guten Ebene, um hier Strip-Mining zu machen. Und ich bin jemand, der permanent was essen kann. Weil, das ist halt einfach so, man hat halt immer nur so das Gefühl, sowohl die Speisehörer als der obere Teil des Magens löst sich so ein bisschen auf. Auch wenn das hier schon symmetrisch ist, kann man hier symmetrischen Gang reinballen. Die haut ein Loch in meine gerade Wand. Ja, aber die ist jetzt, das ist ja ein symmetrisches Loch. Guck mal, jetzt ist es sogar so eine symmetrische Facke. Warum ist ja Erde und kein Stein? Das soll so nicht. Das ist auch falsch. Ich bin ja auch immer jemand, der die Höhlen in Minecraft ausbaut und dann schön macht. Mhm. Alter, ich habe... Ich habe mir für meine Höhle auch voll den fancy Eingang gebaut in meinem Letzt-Play. Nice. Ich habe, ähm, in meinem ersten Minecraft-Lebens... Kaputt. Ich habe meine Spitzer kaputt gemacht. In meinem ersten Minecraft-Jahr, könnte man sagen, es war das erste Minecraft-Jahr, das ich gespielt habe. Und da hatte ich halt einfach mir selber ein bisschen so ein Texturenpack zusammengebastelt mit so Richtungsschildern und so, damit ich meine Höhle halt mit Bildern so ausschildern kann, in welche Richtungen das geht. Die war halt unglaublich krass ausgebaut. Nur die Höhle, also meine Wohnung nicht so. Ich habe das ja auch mal gezeigt, es gab ein Let's Show davon. Das ist gar nicht mal so alt. Und meine Güte, ey, hatte ich Freizeit. Das war es abends im TS. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie ich das alles gemacht habe. Irgendwie damals noch mit Tawamaru und Phanaksa, die ja auch mit mir in Let's Plays zusammen aufgenommen haben. Dass sich ganz früher noch Leute daran erinnern. So vor ewig... Aua, Ewigkeiten. Blöde Skeletten. Und, oh, ein großer Lavasee schwimmt. Das war halt... Da saß man einfach abends irgendwie... Nee, Skype. Da hatten wir noch geskypt. Da hatten wir noch kein TS. Wollt grad sein. Da haben wir geskypt mit dieser total behinderten Gammelverbindung. Und da hat dann halt jeder in seiner Minecraft-Welt gebaut. Und dann hat man später mal einen Server gefunden, auf dem wir alle spielen können, als es dann endlich einigermaßen ging. Boah, das war so... Ich fühl mich, wenn ich jetzt daran zurückdenke, als wäre ich damals erst so zwölf gewesen. Dabei war ich da schon über zwanzig. Ich hab nochmal meine Kindheit neu für mich entdeckt. So, du baust dir hier jetzt voll einen fancy Gang. Ich hab grad einfach mal diese ganz blöden Lava-Dinger weggemacht. Mhm. Gucken wir einfach mal einen Gang in die andere Richtung. Mach das. Wuscheln hat bei 17, 24 Uhr Eisen übersehen. Ja, ich weiß. Verdammt. Ich brauche noch viel mehr Fackeln, weil ich hab... Ich... Doch, kann einfach mal daraus Fackeln jetzt machen. Ist genau ein Stack? Stimmt, ja. Ich hab 16 Stöcke genommen. Kann ja nur ein Stack werden. Mensch, Mathematik. Hm. Manchmal ja doch. Das ist mir persönlich jetzt zu einfach. Leute, auch immer so, Honey, zähl doch ab. Du weißt doch, wenn du so und so viel brauchst, brauchst du da nur von so und so viel. Und ich denke mir so, was hat das mit Mathe zu tun? Das ist nicht so. Ich hasse Mathe. Ich hab neulich auch auf der Arbeit, da musste ich gerade schnell irgendwas ausrechnen. Das war aber voll die Pups einfache Aufgabe. Ein Kunde auch so, in Mathe waren sie wohl gut. Und ich so, he he. Nein. Oh Mann, ja. Ich freu mich immer, wenn irgendwas im Kopf so von alleine klappt. Und ich plötzlich was begreife. Und einfach einen Tag später könnte ich mir selber stundenlang davon erzählen. Und würde einfach da sitzen und denken, hä? Hä? Hm. Hm. Ja, das stimmt. Ja, war ja sehr spannend hier. Oh, Kohle. Wie ich mich aufheben kann. Oh Mann, oh. Wie so viel Schaufel in meinem Inventar. Zombies gedroppt? Das kann sogar sein. Ach, so geht das nicht. Das Problem bei mir und Mathe ist auch einfach, ich konnte es nie, aber wenn ich dann mal was begriffen hab, hat mir Mathe sogar unglaublich Spaß gemacht. Ja. Bis ich mal was gecheckt habe. Und, ähm, die Flüchtigkeitsfehler fand ich halt immer grausam. Weil, ich hab's. Später, ne, so richtig, richtig lange Aufgabenkolonnen, so x, y, hast du nicht gesehen. Hm. Du brauchst einen Fehler rein. Du brauchst einen Fehler rein. Du brauchst einen Fehler, ja. Oh, so. Bei uns gab's dann wenigstens noch immer diese Teilpunkte von wegen, wenn man dann einen Fehler gemacht hat und mit dem quasi wenigstens richtig weitergerechnet hat. Ähm. Trotzdem war das immer so frustrierend. Ja, klar. Ne, bei mir war aber auch immer so, ich musste erst irgendwie checken, was mir das bringt, wenn ich das mache, wenn ich irgendwas ausrechne. Weil ich, ich, das, das brauche ich aber auch heute noch, so, wenn mir einer sagt, mach das so und so, ich check das nicht, bis ich nicht weiß, was für ein Sinn dahinter ist, so. Ja, aber was bringt mir das, wenn ich jetzt so mache? Was, was ist das jetzt? Warum soll ich das machen? Was hat das für einen Effekt? Ich finde vor allen Dingen jetzt heutzutage auch ein bisschen leichter, weil da konnte ich ja nicht einfach ins Internet gehen und gucken, was sind eigentlich Beispielaufgaben und kann mich nicht quasi selber fortbilden, weil die Lehrer zu inkompetent dafür sind. Sondern ich hab halt jetzt halt mit dem, mit dem, mit diesem, dem Stand eines, eines, ich muss noch alles in Büchereien, meinen Wissener forschen, meinen Schulabschluss quasi gemacht und das fand ich halt, das war halt ein großer Unterschied, als ich meine Schulabschlüsse nachgeholt habe, konnte ich halt einfach alles, abgesehen davon, dass unser Mathelehrer uns das erklärt hat, wozu man das braucht, weil er halt Mathematiker war und das war halt ein riesengroßer Unterschied. Wenn mir MacKillian irgendwas erklärt in Mathematik, verstehe ich das ja auch, weil er mir sagt, warum man das braucht und wieso man das macht, weil es halt Mathematiker ist, der hat halt ein ganz anderes Verhältnis, aber wenn man nur so auf Lehramt Mathe, das scheint nicht so gut zu sein. Wir hatten damals auch eine unglaublich gute Geschichtslehrerin, die hatte ich leider nur in der 11. Klasse. Ja. Da mussten wir uns alles quasi so selber erarbeiten, immer durch Projekte und sowas alles, das war halt unglaublich cool gemacht von ihr und sie hat das dann halt so bewertet und man hat auch gleichzeitig halt noch gelernt, besser irgendwie so Projekte zu machen und so, ne? Das war voll das geile Geschichtsjahr und danach haben wir einen, der macht so wirklich Geschichtslehrer, wie man sich das halt vorstellt, weißt du, er sitzt da vorne, liest irgendwas vor und ja. Ne? Ja, dann versteht man die Zusammenhänge nicht. Also, ich habe... Und es ist langweilig. Es ist einfach nur langweilig. Ich meine, gerade so, manche Themen sind interessant in Geschichte, gar keine Frage, aber gerade es gibt ja so Themen, die macht man einfach gefühlt jedes zweite Jahr in Geschichte wieder und wenn dann einfach nur vorne da einer sitzt und dann auch noch mit so einer guten Nachgeschichten-Opa-Stimme dir zwei Stunden ein-erzählt, das... Ne. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich Nationalsozialismus in der Schule dran hatte. Ja, ich... Kann ich auch, also... Ja, einmal. Ja, ich meine, vor allen Dingen, das Traurige ganz einfach an der Geschichte ist, dass... Ich hatte, ja, bedingt dadurch, dass ich ja in der Schule krank geworden bin, die neunte Klasse am Anfang häufiger gesehen, weil ich ja nicht versetzt werden konnte und dann quasi immer wieder in die neunte Klasse gelassen wurde. Also natürlich häufiger als andere Schüler, die sitzen bleiben und sowas, weil wegen eben Kranke schrieben und so. Und das war halt... Ich hab halt so oft den Anfang der neunten Klasse gemacht und da war halt immer Nationalsozialismus und Hitlerjugend das Thema und Weimarer Republik und Kaiserreich auch und es hat einfach nie jemand die Zusammenhänge bei uns auch alle gerafft und ich hab dann die Schulabschlüsse nachgeholt und hatte ja dann erstmal auch wieder die neunte Klasse, um das halt den gleichen, den Stoff da zu haben. Ey, ich mach natürlich... Wir haben wieder dieses Thema und zum ersten Mal in Verbindung auch mit dem Erdkundeunterricht sogar und dem Bio-Unterricht, einfach weil man das Verständnis für den Menschen und wie er woher kommt und warum er sich so entwickelt hat, dieses Verständnis plötzlich da war, warum zum Henker das passieren konnte, wieso die Leute einem Mann wie Hitler nachgelaufen sind, weshalb sich das quasi die Welt selber gebaut hat, so das, was wir ja auch gerade haben durch die aktuellen Umstände. Weil genau das wächst ja jetzt gerade deswegen auch. Aber verstehst du, ich hab so oft die neunte Klasse gesehen und saß da so, hä, nee, lerne ich auswendig. Ich hab Einsen geschrieben, ich hab Einsen geschrieben und ich gerafft wirklich, worum es ging. Und dann, nur weil ich erwachsen war und endlich mehr und einen weiteren Horizont hatte, hab ich das verstanden, das ist, also geht einem so viel an einem vorbei. Ja, das Problem ist aber halt auch einfach, wenn man in Geschichte wenigstens mal unterschiedliche Facetten, weil ich mein, Nationalsozialismus ist nicht gleich ein Nationalsozialismus-System, man dieselben zwei Ecken davon in der Schule behandelt. Wenn man da halt wenigstens mal irgendwie, so ja hier, das und das gab's damals auch noch und das war auch noch wichtig und so, aber nee. Nee, 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 das ist so. Auch nicht die Zusammenhänge, da war immer so, ja, da war Hitler und da war da halt so. Und nicht dieses so, das ist aus den und den Gründen entstanden, die und die geschichtlichen Vorreiter gab es davon. Das und das hat sich über die Jahre in der Welt entwickelt und alle Länder haben dazu beigetragen und ich meine, ein ganz wichtiger Faktor ist ja zum Beispiel, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man ja quasi das Gleiche mit Deutschland machen wie nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich diese Isolation, diese Kontrolle, die zum Nationalsozialismus geführt hat und ausgerechnet Frankreich, macht mit Deutschland einen Vertrag und sagt, nee, das machen wir nicht, das wird wieder, das endet genauso ausgerechnet Frankreich, ich hab einen Kompass benutzt. Fuck. Ich bohrte mich mal grad zu ihr, warte. Ich hab einen Kompass benutzt, ich hab mit dem Kompass geklickt. Na da da. Schatz, was machst du denn auch immer? Ja, ich hab den Kompass angeklickt, also dann, und dann war ich, stand ich draußen im Grünen. Was ich in der Schule über Hitler gelernt habe, Hitler war ganz böse, fertig, ja, so im Endeffekt war das. Richtig, das ist auch das, was übrig geblieben ist im Kopf und das ist ja da nicht, das hilft ja da nicht zu verstehen, was da eigentlich zur Einschränkung geführt hat und dann genau passiert halt sowas, dass halt irgendwie 24 Prozent die Parteien wählen, die nicht so gewählt werden sollten, weil, ja, menschenrechtseinschränkend, weil halt einfach auch da dann der Horizont und die Hintergründe fehlen. Ja. Das Problem ist aber, glaub ich, auch einfach inzwischen, ähm, es ist halt super lange her und deswegen wird das halt alles ja jetzt auch definitiv lockerer gesehen mit dem Nationalsozialismus und so, inzwischen gibt's ja schon Witze darüber und sowas und ich mein, auf der einen Seite ist das halt in Ordnung, weil das ist halt wirklich schon so ewig her, auf der anderen Seite siehst du ja, was passiert ist, nimmt keiner mehr ernst, ne? Ja, das ist das Problem, weil man die Konsequenzen nicht mehr kennt. Ja, dass das halt wirklich mehr ist als, oh, wir finden die Ausländer halt bisschen blöd und die sollen bitte nicht in unser Land, also. Ja, die sind die Konsequenzen, weil das Problem ist, dass Menschen nicht gerne weiterdenken, drüber hinausdenken und reflektieren, was das für die Leute bedeutet, weil, ich mein, wenn wir in Deutschland plötzlich jetzt, ähm, angenommen, in Deutschland würde jetzt zum Beispiel irgendwie so eine rechte Partei oder sonst irgendwas gewinnen, dann würden ganz viele Leute ganz schnell dieses Land verlassen und dann wären wir plötzlich auch Flüchtlinge in anderen Ländern. Ja. Und dann würden wir das Gleiche verursachen, weil, also, wenn man sich's genau anguckt, ähm, die haben bei uns zum Beispiel in der Stadt recht viele, ähm, Flüchtlinge, weil die haben sehr viel aufgenommen, die haben wahnsinnig viel für die bezahlt, die haben alles neu eingerichtet zum Teil, nicht, äh, irgendwie gesagt, die kriegt lauter gebrauchte Möbel, sondern die haben sich richtig Mühe gegeben, damit die's hier schön haben, weil das sind alles Leute aus echt gut situierten Familien und die sagen selber, Deutschland ist ja so unglaublich dreckig, in unserem Land war das nie so, weil die halt, das sind andere Verhältnisse gewesen, das sind auch, die kommen da aus Großstädten, in dem, hast du halt Bußgelder bezahlt, wenn du was verdreckt hast und sowas, das gibt's ja in Deutschland nicht, also, Deutschland ist gar nicht so fortschrittlich, wie wir immer alle schönreden wollen und dann kommst du dann, die alle so, ja, aber die haben ja alle Smartphones, ich so, ja, wenn wir in ein anderes Land flüchten müssten, weil plötzlich bei uns Krieg ist, würden wir unser Smartphone theoretisch auch mitnehmen, weil, klar, das erste, was dir liegen lässt, ist dein Smartphone, aber so eine lumpige Decke mitnehmen, wenn man aussieht wie ein Bettler oder was, verstehe ich nicht. Ja, vor allem, ähm... Ja, äh, ich meinte tschüss, bis zum nächsten Mal! Danke fürs Zuschauen, kommentieren, bewerten, liken, favorisieren, abonnieren, all den Kram, bis zum nächsten Mal!